Wir müssen doch zumindest unseren Hund wieder retten. Denk doch einmal an den Hund! Denk doch einmal an die Hunde! Hier, willst du? Ja. Bitte schön. Bitte schön, bitte schön. Bitte schön. Bitte schön. Wow. Ich hab jetzt gar nicht drauf gehalten. Ach, denn ändern sich die Staters ja jetzt eigentlich? Wow. Das ist nur für uns Spider-Man für Arme. Das ist die menschliche Fliege. Showdown. Natürlich kann ich mithalten. Auch wenn es wahrscheinlich jetzt nicht klappt, aber... Das ist nur wichtig hier wieder. Die Beat. Den gibt es übrigens auch noch. Ja. Das war die Mechaniker. Ja. Ich bin jetzt mal gespannt, was jetzt kommt. Ich weiß es nicht. Get on! Let's get it on! Alles sehr groovig. Garem. Kannst du das nachmachen? Ja. Hallo! Wallgrinder. Äh, Walljump. Okay. Das fände ich so ein bisschen blöd, dass du dir jetzt nicht sagen, was du genau sagst. Ja, man sagt... Können wir. Easy. Lass mich halten. Den können wir danach auch spielen wahrscheinlich. Weil das zu toll ist. Im Grunde dasselbe. Die machen einem was vor. Sagen einem nicht, was man machen soll. Man drückt einfach irgendwelche Knöpfe. Ey, kannst du das auch? Wir machen einfach irgendwas. Was? Das hier ist schwierig. Das ist ja so ein Fliegenmann, oder was? Du bist so crazy. Yeah! Gut, das wäre jetzt... Gut, das wird jetzt halt... Das war eigentlich nicht so schwer. Das ist also... Nein, das ist so... Aber wir sollen den Mund nicht zu voll nehmen. Ja, na. Jetzt verkackst du nämlich gleich voll. Ah! Ach so, das ist... Ja gut, das ist voll gut, das blöde Ding. Cut! Ja. Puh! Unfahrbar. Nein! Total einfach! Ja, ist voll einfach. Ach ja! Starte ich da unten. Ach so. Haben sie es doch gecheckt. Er macht echt einen auf Fliegen. Er hat einen Graffiti auf dem Arsch tätowiert. Ein Arschgeweih. Ist gar nicht so leicht zu reinzukreffen. Rock Mag. Ha ha! Ha ha ha! Wow! Jetzt gelang. Wo stehen wir jetzt hin? Da. Oh! Ja, auch sowas. Wie du beim ersten Drollen. Ey, was muss ich machen? Was muss ich denn da machen? Ich hab doch alles gemacht, was er gemacht hat. Ja. Nur so einen Tag dann noch umsetzen, weißt du? Oh! 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 Sowas hasse ich auch. Ja. Also äh... Hauptsache Ladesequenz. Hä? Wir? Ja, wir wissen nicht, was wir machen müssen. Ist eng. Eigentlich müssen wir die scheiß Musik lauter machen, dass wir selber auch noch was für einen geilen Soundtrack haben. Das machen wir gleich. Äh! Ich glaube, wenn man... Oh Mann! Ich muss mehr Speed haben. Und dann rüber krass und dann andersrum. Man hat aber auch so schlecht Air Control, finde ich. Ja. Und das ist halt alles... Sehr geil. Na, muss ich sagen. Wenn du von der Rail abspringst, irgendwie nur den Stick ganz leicht in eine Richtung drücken und der... Macht schon sowas, da? Yeah! Nein! Ich will hier an die andere Wand! Ah! Mann! Ben Kleister. Ah! Ben, Ben 10 Kleister. Machst du? Ich kann es mal probieren. Probieren. Ah ja, schon mal. Ich habe es ja... Freulich! Du hast ja vorgelegt. Ich bin jetzt noch... Nein, nicht wirklich. Ja! Boah! Nix! Das ist vielleicht auch nirgends, woher sie hochziehen. Das ist echt nicht falsch. Das ist leicht. Das sieht leicht. Das ist leicht. Ich kenne halt auch nirgends, woher sie hochziehen. Das springt ja da nicht vielleicht sogar. Wir müssen diesen Speed auch um. Genau. Das macht dann rüber und dann springt er mit einem Satz dann genau. nochmal da macht er direkt schluss weißt du ja ja wenn man einmal so ein ding schema das ist doch kanalisation so ich würde jetzt ein dreimal wenn ich dann ja dann sind wir zu hoch für das spiel dann machen wir es richtig sondern gehen einfach in die richtigen und hören uns einfach alle lieder an gibt es nämlich auch noch auch gut okay eigentlich dann ist aber echt gut ein mal noch einmal geht noch dann ist aber schluss jetzt genug aber nichtsdestotrotz also es ist echt schwierig reinzukommen würde ich mal behaupten ja es ist jetzt nichts einsteigerfreundliches man muss sich reinfuchsen aber irgendwie mit der guten mucke und so das ist schon echt laune kann man sich auch da kann man sich echt nachmittag einfach in seinen sesseln sein lieblingssessel zurücklegen aufdrehen glotze sound hochdrehen vor allem ich muss man muss den bezwingen um jetzt weiter zu kommen ja oder kann ich jetzt sagen nein kannst du mithalten okay alles klar na gut ja ne bis zum nächsten mal